Und wie es denn da im echten Leben so ist, natürlich drückt ein Techniker den Schalter und der Knopf hat natürlich für den Politiker nur symbolisch gemacht. Und da war der Techniker des Neuwerdschirmes, wo es der Schalter eine Sekunde zur Verfügung gestellt hat, sodass, wenn man diesen Knopf drückte, der Herrscher rot war, nein, wir sind natürlich anders mit der Art geworden. Aber wir haben erstens, wir sind schneller geworden, das hat die Buch ja eben schon gesagt, im Redaktionsschluss hatten wir immer schon erst mit dem Bomben, mit dem Schussstecken, die wir noch nach dem Wetter gemacht haben. Aber unsere Sprache ist wahrscheinlich auch ein bisschen näher an Ihnen dran. Wir haben nicht mehr diese langen, langen Sätze, die Sie vielleicht noch kennen, von der Tagesordnung, bis 20 Jahre, bis 20 Jahre. Oh, ja, wenn du mir, musst du mir nur die Kamera geben. Ja, wenn du mir nur die Kamera geben, musst du mir nur die Kamera geben. Ja. Aber doch auch schon sehen, dass wir uns jetzt auch sehr beherrschen. Jetzt laufen denn im Tag eine ganze Menge Agentur-Texte, die wir hier noch nicht über den Ticker haben. Und einen? Nur eine, leider haben wir leider nicht mehr. Okay.